Letztes habe ich ein Video gesehen, da sagt einer, ja sogar mit 33 schaut die noch sehr gut aus. Wo ich mir denke, 33, das ist noch voll jung. Genauso wie du, du fühlst dich auch immer so alt. 36 finde ich auch noch jung. Ja, aber ich bin ja wirklich, also ich fühle mich, ich fühle, nee, ich fühle mich jung, aber ich sehe nicht aus wie 36. Nee, du siehst aus wie Mitte 40. Sagen die Leute, finde ich jetzt nett. Aber jedes Mal, wenn du gefragt wirst, wie alt, dann sagst du immer, komm schätze mal, mindestens 40, ab 40 aufwärts. Mir tut es halt wirklich weh. Ja, besser wie ich werde immer auch voll jung geschätzt. Ja gut, das ist vielleicht gut später dann. Du wirst nicht so jung geschätzt. Du bist ein halber Mann.